Viele Escort-Models suchen eine Escort-Agentur in ihrer Stadt, da sie davon ausgehen, dass sie ein persönliches Vorstellungsgespräch mit der Agentur haben. Die Escort-Models machen sich hier große Gedanken. Aber wie so ein Vorstellungsgespräch tatsächlich abläuft und worauf du zu achten hast, erfährst du heute in meinem Video. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Bär Bennett. Auf meinem Kanal geht es um Escort-Lifestyle und mein Business. Viele Escort-Models, die eine Escort-Agentur suchen, schauen im Impressum nach, damit sie eine Agentur aus ihrer Stadt finden. Doch meistens ist das Impressum nur eine Briefkastenfirma. Aber ich kann alle beruhigen. Heutzutage gibt es kaum noch Vorstellungsgespräche mit einer Escort-Agentur, die tatsächlich persönlich sind. Da in der heutigen Zeit die Menschen nicht mehr so zuverlässig sind, würde keine Escort-Agentur von München nach Berlin fahren, um ein Escort-Model zum Vorstellungsgespräch kennenzulernen. Auch das Escort-Model möchte nicht diese lange Anreise auf sich nehmen. Doch das ist kein Problem. Nach Corona kennen wir alle Zoom, Skype oder FaceTime. Das bedeutet, dass die Vorstellungsgespräche nur noch online stattfinden. Hier reicht es in der Regel vielen Escort-Agenturen, die Dame auf dem Bildschirm zu sehen. Einer seriösen Escort-Agentur ist es auch wichtig, die Escort-Dame auch nochmal zu sehen. In der Zeit von Filtern und Retusche gibt es kaum eine Escort-Dame, die in echt so ausschaut wie auf den Casting-Fotos. Und was bespricht man in so einem Casting? Die Escort-Agentur möchte das Escort-Model nochmal besser kennenlernen, um einfach einzuschätzen, ob sie ins Team passt. Auch das Escort-Model soll einfach die Möglichkeit haben, die Agentur kennenzulernen und all ihre offenen Fragen zu stellen. Aus Erfahrung weiß ich aber, dass beim Casting die Escort-Models alle ihre offenen Fragen vergessen. Deshalb ist es wichtig, sie vielleicht vorher alle nochmal aufzuschreiben. Und manche Escort-Models sind so aufgeregt, dass sie alles schlucken, was die Escort-Agentur dem Escort-Model sagt und fragen selten kritisch nach. In meinen Castings vergesse ich den Escort-Damen gelegentlich nochmals darauf hinzuweisen, dass Verkehr und Französisch nur mit Schutz möglich ist. Bei mir wäre das die erste Frage, die ich stellen würde, wenn ich ein Vorstellungsgespräch hätte. Ich gehe ja auch davon aus, dass das 99,9 Prozent der Damen wirklich wissen. In einem weiteren Schritt geht die Escort-Agentur mit dem Escort-Model den Agenturvertrag durch. Hier ist es auch nochmal wichtig, dass wenn man was nicht versteht, nochmal kritisch nachfragt. Jedoch sollte jedes Escort-Model den Agenturvertrag auch nochmal zugeschickt bekommen. Auch das geht nur noch online und nicht mehr per Post. Ein Casting dauert in der Regel circa zwischen 30 bis 45 Minuten. Es kommt natürlich darauf an, wie viele offene Fragen die Escort-Dame hat. Als Escort-Dame hat man mit der Agentur eine geschäftliche Beziehung auf Augenhöhe. Manchmal höre ich es von Escort-Damen, dass sie von Agenturen unter Druck gesetzt werden. Das ist natürlich ein No-Go. Entspricht die Agentur nicht den Vorstellungen der Escort-Dame, sollte die Escort-Dame die Zusammenarbeit beenden. Auch andersrum, hat die Escort-Agentur was an der Escort-Dame auszusetzen, sollte sie die Zusammenarbeit auch einfach beenden. Ganz wichtig ist es, dass Escort-Damen in dieser Zeit einen ruhigen Platz haben. Am besten abends oder vormittags zu Hause. Ein No-Go ist ein Casting von unterwegs zu führen, im Auto oder in der S-Bahn. Das sind Sachen, die ich immer wieder erlebe und ein Casting dann auch wirklich abbreche. Möchte man als Escort-Model bei einer Agentur anfangen, gibt es ein paar Sachen, die man beim Vorstellungsgespräch beachten sollte. Diese wären zum Beispiel Mindestvertragslaufzeit. Gibt es eine bestimmte Dauer, die die Escort-Dame mit der Agentur zusammenarbeiten muss? Oder hat die eine Mindestanzahl an Termine oder Umsatz, den sie machen sollen? Das ist ein No-Go und ist auch verboten. So ein Vertrag sollte man nicht unterzeichnen. Vermittlungsprovision. Wie hoch ist die Provision an die Agentur von deinem Honorar? Möchte die Escort-Agentur noch eine Vermittlungsprovision für die Fahrt kosten? Ist das ein No-Go? Möchtest du mehr zum Thema Vermittlungsprovision erfahren, habe ich dir hier nochmal ein Video verlinkt. Fotorechte. Was passiert mit den Bildern, wenn du die Zusammenarbeit mit der Agentur beendest? Bleibt die Setkarte trotzdem online? Werden deine Bilder trotzdem noch auf der Agentur online gestellt oder werden die sofort runtergenommen? Ganz wichtig, wenn du als Escort-Dame aufhörst, sollten deine Bilder sofort runtergenommen werden. Kündigungsfrist. Wie lange musst du noch bei einer Escort-Agentur arbeiten, wenn du kündigst? Hast du noch eine gewisse Zeit, wo du arbeiten musst? In der Regel sollte es so sein, dass wenn du anrufst und sagst, du möchtest nicht mehr weiterarbeiten, du ab dem Moment auch keine Dates annehmen musst. Dazu habe ich dir nochmal ein Video online gestellt zum Thema Vermittlungsvertrag. Das verlinke ich dir hier oben. Wobei als Escort-Dame muss man niemals Dates annehmen. Möchte man nicht als Escort-Dame arbeiten, sollte das die Agentur sofort akzeptieren. Hast du noch weitere Fragen zum Vorstellungsgespräch? Schreibe es mir in die Kommentare. Ich freue mich, wenn du ein Abo dalässt.